Findest du es nicht merkwürdig? Also er verkleidet sich ja wirklich gern, das ist ja nichts Neues. Ja, er mag Märchen, aber das ist doch nicht das Wichtigste an seiner Persönlichkeit. Er hat mal gefragt, warum die Jungs keine Röcke tragen. Er soll nicht mit einem Stempel in die Vorschule gehen. Es ist vier. Und wenn er plötzlich denkt, dass mit ihm was nicht stimmt? Wo ist mein Lieblingsenkelsohn? Ich hab schon über eine Woche nichts von dir gehört. Bloß nicht pushen, 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 da heißt es loslassen, was? In ein paar Wochen besuchen wir andere Schulen. Sei ganz einfach du selbst. Das ist alles, was zählt. Ist kein großes Ding, ganz und gar nicht. Ja! Ich würde dir sehr gern mal etwas zeigen. Es gab ein, zwei Vorfälle in der Gruppe, weißt du. Ich hasse dich! Bringen wir ihn doch zu einem Therapeuten. Vielleicht hat er es satt, dass wir ihn da reinpressen in diese, diese Rolle. Du kaufst ihm jede Disney-Prinzessin in DVD, die du findest. Und dann drehst du durch, wenn die Leute mit dir darüber reden wollen. Ich meine, ist es ein Wunder, dass er verwirrt ist? Lieser kleiner Kinderbaum! Jake ist was Besonderes. Er macht immer gern Sachen auf seine eigene Art, das weißt du doch. Eins, zwei, drei!